Hallo und herzlich willkommen zu einem Informationsvideo hier auf meinem Kanal über die jetzige Lage. Vielleicht merkt ihr es in letzter Zeit, der Zeit nach dem Battle kommen sehr wenig Videos. Das liegt ganz einfach daran, da ich zur Zeit sehr wenig Zeit zum Aufnehmen habe und da ich weiß, dass nicht alle Leute Facebook haben, werde ich das auch einfach mal als Video machen und erkläre es euch da, warum ich so wenig Zeit habe. Ich, es ist etwas passiert, das nennt sich Schule. Ihr kennt Schule, also hoffe ich mal, dass ihr Schule kennt, weil wenn ihr Schule nicht kennt, seid ihr ein bisschen blöd. Aber na gut, da schreibe ich vom Thema ab. Vielleicht merkt ihr es auch an meiner Stimme, ich bin ein bisschen krank, aber das ist nicht der Hauptgrund. Und wie gesagt, es liegt an der Schule, ich habe halt zur Zeit zu viel zu tun in der Schule und das liegt einigermaßen nur daran, dass ich lernen muss bis zum Geht nicht mehr. Ich bin auch gerade froh, dass ich mal Zeit gefunden habe, dieses Video hier aufzunehmen und es geht schon eine Minute zehn und ich glaube, ich könnte kotzen, weil ich habe gar nicht so viel Zeit. Na gut, das war jetzt etwas übertrieben, aber ja, also ich hoffe, ihr stellt euch darauf ein, dass in der Zwischenzeit jetzt was mal zwischen Ende November bis Ende Dezember so um den Dreh erstmal sehr wenig, bis keine Videos kommen werden, da ich halt nicht genug Zeit habe. Also auf jeden Fall, ich weiß nur schon mal so viel, ab dem 23. nächsten Monat, also ab dem 23. Dezember, werden auf jeden Fall wieder Videos kommen. Ob davor noch welche kommen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hoffe ich es mal, dass ich bis dahin mal Zeit finde, denn ab dem 23. habe ich Ferien und dann kann ich auch wieder aufnehmen. und ja, ich hoffe, ihr versteht das, dass zurzeit sehr wenig Videos kommen, dass ich keine Zeit habe und ich sagte mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!